Heute haben wir für euch im Test die Funke China Böller A, einen der wohl derzeit am meisten gefragtesten Böller würde ich mal behaupten. NEM pro Stück liegt bei ungefähr 1,1 Gramm und es sind wirklich sehr sehr schöne Böller. Und da würde ich sagen, viel Spaß im Test der Funke China Böller A. Und los geht's! Für die Größe wirklich richtig gut. Und da würde ich sagen direkt noch einen. Ach du Scheiße, wirklich richtig geile Dinge. Ich versuche mal einen stehend. Ohoho, der hat richtig krass geschnipselt. Und noch einen letzten. So, zwei Stück habe ich noch gefunden, die versuche ich jetzt mal gleichzeitig. Scheiße. Hat nicht so ganz funktioniert, aber den letzten machen wir auch noch. Wirklich richtig geile Dinger. Kaufempfehlung auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.